Immer wieder werde ich gefragt, was das denn für kleine Pyramiden sind, die man oftmals am Strand sieht. Da haben Krebse, man kann es hier sehr gut erkennen, sich in den Sand eingebuddelt und die transportieren den Sand dann nach oben, an die Oberfläche und machen so kleine Häufchen. Und das sieht man eigentlich überall, an allen Stränden. So, und da sieht man sie auch, die Krabbe, die Häufchen macht, die probiert gerade meine Fußstapfen aus, habe ich das Gefühl. Ja, die sind nämlich alle von mir. Sie ist sozusagen auf meinen Spuren. Boah, schon glatt. Hui, weg ist sie. Geh doch mal zu deinem Loch. Da hast du doch schon angefangen. Die Invasion der Monsterkrabben. Geh doch mal zu sein. da kann man es übrigens auch sehen seht ihr hier da ist die krabbe in dem loch und da ist der haufen aber weil ich mich jetzt bewegt habe hat sie aufgehört ich müsste mich also jetzt ganz ruhig verhalten damit sie wieder anfängt das kann jetzt dauern demnächst müsste ich mal das stativ mitnehmen und die kamera einfach laufen lassen im zeitraffer versteht sich